Musik 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 Heute ist Heiligabend und es gab die letzten drei Tage kein Video, weil ich es einfach nicht gebacken gekriegt habe. Ich hatte noch was zu tun. Also ich habe hier Alessandro's neuen Blog eröffnet. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich werde es euch einfach mal in die Infobox verlinken. Alessandro hat jetzt dann eigentlich einen eigenen Baby-Fashion-Blog. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, vorgestern habe ich eine nicht so tolle Nachricht bekommen, aber das lasse ich jetzt erstmal so einfach stehen. Und ja, ansonsten, sorry, dass es drei Tage kein Video gab, aber heute geht es auf jeden Fall weiter. Heute gibt es gutes Essen. Ja, ich habe mich jetzt noch nicht wirklich fertig gemacht. Also ich habe jetzt nur eigentlich so meine Grundierung drauf. Weil ich jetzt erstmal kurz in die Stadt muss. Und meine Schwestern und ich meiner Mutter gestern eine Kerze gekauft haben. Und hinten die Anfangsbuchstaben von den ganzen Kindern eingraviert haben lassen. Und die muss ich jetzt abholen, weil ich natürlich am nächsten in der Stadt bin. Deswegen habe ich die A-Karte gezogen und darf losziehen. Ja, und danach geht es zu meiner Tante. Dort verbringen wir dann heute den Tag. Und ja, ich würde dann sagen, ich melde mich einfach nachher wieder, wenn ich bei meiner Tante bin. Bis gleich. Drück mal nach Mama. Ist das gut, Arlo? Ja, ja. Auf der anderen Seite kann man auch drücken. Machst du das Gleiche? Arlo, Arlo, Arlo. Nee. Das ist heute Abend. grande переход. Das ist heute Abend. Ja gut. Ja gut. Ich bin nicht meineígena, denn da haben wir ja alle intensiv... Ich will auch mit Fisch essen, Fisch-Fisch. Ich esse aber auch ein bisschen Brokkoli. Jetzt macht die Tante schon ein Teeleinessen. Oh, wie süß. Eine bella Tasche. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Oh, ich wollte noch welche holen, weil er die immer auszieht. Die sind praktisch, guck mal. Ja, ganz kompletter. Oh, wie süß. Matröse. 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 Halt mal. Matröse mit einer gelben Hülse. Mama. Die ältere Hoppa. Nein. Komm weg da, Schatzilein. Er will den Fernseher auspusten. Wir müssen sie aber da drinnen erst mal verstecken. Aber die Gülse sind ganz kompletter. Das ist auspacken, guck mal. Was ist das? Guck mal, das sind Lingus. Guck mal. Meine Mama macht dir das aufnehmen, kannst du gucken. Finito. Oh, ich hab Kopfbänen. Ja. Ich hab Kopfbänen. Ich darf das noch mal an den Kopfbänen. Der kleine Dance-Dick. Leben am Limit. Schubladen aus. Stopp. Komm mal. Schweiß. Ich hab vorhin schon bei einem... Ehe. Sie wird aggressiv. Geil. Fertig, wenn die Noe. Fertig, wenn die Sie pungieren, die Dita. Ehe, sie prega. Fertig, boble. Wonderful Christmas. Christmas. Mo, basta, Mo. Stai facendo poliziere. Du weißt, dass du alles aufbauen musst. Nein. Du machst Special Effects. Wie ein Rockstar. Du bist Italiener, Prenzweiler. Du bist gut. Perfetto. Wie ist es? Du kannst du mal auf die Musik einnehmen? Du kannst die Musik einnehmen? Ja, du kannst. Du kannst du das nicht? Du kannst du das nicht? Du kannst du das nicht? Du kannst du das nicht. Du kannst du das nicht? Du kannst du das nicht? Dickerchen, was ist los? Fällst du da? Oh wow! Fällst du da?